Es spricht Konstantin Verlautiger, liebe Freunde, das, was Sie im Moment erleben, ist eine historische Stunde, sowohl auf Ihrer wie auf unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass Bild und Ton gleichzeitig durchgesendet und empfangen werden. Das war ja noch nie, das war ja noch nie, Bild und Ton. Ich habe mich entflossen, sowohl um einigen, die noch immer zweifeln, etwas beibringen zu wollen, ein Bild von mir selbst zu geben, so wie es mich zeigt, hier, wo ich jetzt auf dieser Seite am Ofer des Flusses der Ewigkeit bin. Sowohl als auch den Menschen, die guten Willens sind und die befürchtet haben, ich würde nicht mehr zu Gruppenheitstum gehören. Dinge wie dies, das wir jetzt erleben, geschehen nicht nur dadurch, dass wir auf unserer Seite uns berühren, sondern auch, dass es auf Ihrer Seite Menschen guten Willens gibt, die sich einsetzen für die Transkommunikation. Für das Zusammenführen, die Dokumentung einer Weltordnung, ich habe Sie ungemüht.